So, vielleicht erst mal ganz kurz zur Beschreibung. Wir sind jetzt hier in der Kurfürstenschenke mit direktem Blick auf die Frauenkirche und White Titty sind bei mir. Hallo! Hallo! Servus, Lef! Servus! Ihr habt den Ausblick gerade schon so ein bisschen gelobt, oder? Ja, das ist echt geil. Da hat man die Stadtführung gleich inklusive bei euch. Gehört alles mit zum Rundum-Sorglos-Paket. White Titty, mir sagt's was. Für alle, die das noch nie gehört haben, was würdet ihr denen sagen? Was macht ihr? Wir machen Videos auf YouTube. Das ist eigentlich so unser Hauptgeschäft, würde ich sagen. Und irgendwie ist dann ganz viel da noch mitgekommen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt auf Tour gehen und auf der Bühne stehen und hier heute im alten Schlachthof performen. Okay, nun kann man ja Videos, kann man ja viele auf YouTube stellen, aller möglichen Dinge, bewusst oder unbewusst, ist erst mal die Frage. Was für eine Form von Videos macht ihr? Also wir waren wahrscheinlich so einer der Ersten, die das wirklich ernst genommen haben und gesagt haben, YouTube ist halt mehr als nur Katzenvideos und der Panda, der niest. Und man kann da quasi wirklich auch professionelles Programm machen. Und wir haben es dann mit Comedy probiert und vor allem eigentlich mit Parodien, mit Filmparodien, Songparodien. Jetzt mittlerweile auch eigenen Songs sketchen und es läuft so gut, dass wir mittlerweile der meist abonnierte Kanal auf YouTube sind mit, glaube ich, 2,5 Millionen Abonnenten ungefähr. Macht schon. Also genug, viele. Also es werden täglich mehr, sagen wir es mal so. Fast zu viele. Man kann es fast nicht realisieren eigentlich. Okay, nehmen wir mal so ein Beispiel raus. Was mir jetzt im Ohr ist, ist die Parodie auf Milky Chance, Stolen Dance. Zumal mich das Intro ehrlich gesagt fast schon selbst zu solchen Worten hat kommen lassen. Wie kommt man jetzt auf so eine Idee? Wie geht ihr da ran? Kommt da einer mit der Idee um die Ecke und sagt, dazu machen wir jetzt was? Oder wie funktioniert das? Immer ganz unterschiedlich eigentlich. Also bei Stolen Pants war es glaube ich so, dass als erstes tatsächlich Stolen Pants da war, weil das halt an Stolen Dance recht nah dran war. Und dann so die Grundidee, wie können wir jetzt dieses, der sitzt da eben ohne Unterhose, irgendwie noch als Parodie mit dem Original verpacken. Und das ist halt einfach ein kompletter Stoner Song irgendwie. Und das haben wir dann halt einfach ins Extrem nochmal so rausgekehrt. Und manchmal ist es eben so, dass man wirklich viel überlegt. Manchmal, wie jetzt bei Ihr Schweine habt mich angemalt, war es halt so, das ist autobiografisch, das ist mir kurz vor dem Song passiert. Dann siehst du da das Video, wo ein Typ vor einer Wand steht, die bemalt wird und dann kommt halt direkt so eine Idee und dann macht man es auch einfach ganz spontan. Ich glaube, das haben wir dann irgendwie in drei Tagen komplett umgesetzt von der Idee bis zum fertigen Video. Die ganze Videotechnik, alles was da so dazugehört, denkt ihr euch das alles selbst aus oder kommt da noch jemand mit dazu? Also angefangen haben wir das komplett alleine so und haben dann auch wirklich viel rumprobiert, beim Schnitt uns da immer wieder zu verbessern und so weiter. Nur irgendwann war halt das Problem auch, dass wir, wir wollten halt da noch professioneller werden und so. Und da ist halt dann schon irgendwann so ein Maximum auch erreicht, dass wir halt zu dritt an einem Tag nicht mehr wirklich ein krasses Video drehen können mit dem guten Licht und allem, wenn wir auch alle drei vor der Kamera sind und so weiter und haben uns halt auch einfach Leute, ein cooles Team so geholt, die uns da halt helfen, mal beim Licht und bei der Kamera und so weiter und dass wir uns da auch so vor der Kamera voll entfalten können. Aber das ist auch total wichtig, dass man da nie vergisst, da immer drauf zu gucken auf die Technik, weil sich ständig was tut. Also uns ist, glaube ich, vor einem Monat erst aufgefallen, dass man mit einem iPhone fast genauso guten Ton machen kann wie mit einem Zoom H4, mit einem Tonangel und sonst was dabei. Mach dir jetzt auch den Ton mit iPhone bald. Aber das sind halt so Sachen, weißt du, wo du dann wieder merkst, oh, es ist wieder ein Stück einfacher geworden. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir überhaupt das machen können, was wir jetzt machen, weil heutzutage die Technik so gut geworden ist, dass du mit einfachsten Mitteln schon richtig gute Ergebnisse da erzielen kannst. Bei dem Thema, wo ist eigentlich mein iPhone, kann mir das mal jemand geben? Nein, ist egal. Kommen wir nochmal zurück zum heutigen Abend. Wir haben jetzt über Videos viel geredet, was ihr gemacht habt, Parodien und so weiter. Jetzt seid ihr heute live im alten Schlachthof. Da wird jetzt ja nicht nur ein Film gezeigt. Was macht ihr heute Abend? Schlachten. Nein. Ja, wir werden performen. Eineinhalb Stunden lang volle Power geben, volle Energie und ich hoffe, die Leute rasten aus wie gestern. Gestern war in Hannover, da war auch ordentlich Stimmung und ich hoffe, die Dresdner legen da nochmal einen drauf. Wir sind ja als Stimmungskanonen bekannt, definitiv. Wir sind in der Faschingszeit. Ist Fasching für euch überhaupt ein Thema? Karneval? Ja, da muss man ja total aufpassen in Köln. Ich habe am Anfang immer Fasching gesagt und auf einmal sind die Minen ganz ernst geworden. Hier geht beides. Ja, der Teichs Karneval! Ja, und macht schon Spaß auf jeden Fall. Und in Köln ist natürlich, das ist schon ein ganz krasser Ausnahmezustand. Also wir kommen ja eigentlich aus Franken. Da ist man es nicht so krass gewohnt. In Köln ist es ja so, dass du quasi blöd angeguckt wirst, wenn du nicht verkleidet bist in dieser Woche. Und das ist schon krass. Die ganze Stadt spielt halt verrückt. Ist lustig. Also im ersten Jahr war wirklich voller Kulturschock irgendwie so, weil ich feiere das halt auch so nicht, auch da unten in Bayern. Und dann, das war, das war echt für mich voll so, okay, so geht's auch. Vielleicht gibt's ja mal eine Parodie, demnächst auf Karneval. Wer weiß, wer weiß. Maybe? Ja, ist ja jetzt bald. Mal gucken. Eben drum. Okay, dann schauen wir nochmal ein Stückchen in die Zukunft. Gibt's noch irgendwas, wo ihr sagt, das wollen wir unbedingt nochmal machen? Ja, einen Film hätten wir richtig. Also eigentlich lustigerweise, wir wollten von Anfang an eigentlich nur einen lustigen Film machen. Das war immer unser Ziel. Und dann haben wir aber rausgekriegt, da waren wir wie alt, so zwölf, dreizehn, haben gesagt, wir machen jetzt auch einen Film, so wie Shoot is Money 2. Und dann haben wir gemerkt, okay, so leicht ist es nicht. Und deswegen haben wir eigentlich Sketche gemacht, weil für einen Film hat es halt irgendwie noch nicht gelangt. Und dementsprechend ist es schon noch irgendwie mal das Ziel, so in fünf Jahren oder so mal gucken. Ich glaube, rein technisch wären wir schon soweit gewesen. Also wir haben immer den MP3-Player dann oben auf die Kamera getapet, damit man gleich die Musik hatte und nicht schneiden musste. Ich glaube, so hätten wir schon einen coolen Kinofilm hinbekommen mit der Technik. Müssen wir mal uns überlegen, ob wir so den Kinofilm dann drehen. Wir halten mal was völlig anderes. Ja, dann retro, genau. Dann wünsche ich erstmal viel Spaß heute Abend im alten Schlachthof. Und eine allerletzte Frage, die mir persönlich auch auf den Nägeln brennt, weil ich damals, als ich beim Radio angefangen habe, meine Mutter gesagt hat, Junge, lernt doch erstmal was Vernünftiges. Wie erklärt ihr euren Eltern, was ihr da so tut? Naja, mittlerweile müssen sie uns nichts mehr bezahlen. Deswegen sind die jetzt schon ganz zufrieden. Und das langt ihnen schon als Erklärung so ungefähr. Aber ich meine, die haben es schon auch so langsam mitgekriegt. Aber ja klar, je älter sie werden, desto schwerer wird es. Meine Mama ist auch so ein Kandidat, die mit iPhone schon Probleme hat. Ihr dann das zu erklären, ist natürlich schwierig. Und die sagen dann halt oft auch so, ihr müsst noch ins Fernsehen. Und wir sagen dann, nö, uns geht es da im Internet eigentlich ganz gut. Und ja, aber wir sind ja viel im Austausch und die verstehen das schon ganz gut und finden das auch super, was wir da machen. Ja, wir mussten halt, also ich musste auch am Anfang einfach viel sagen, so, ja, lasst mich einfach mal machen. Vertraut mir da so. Lasst den Osnabern. Ja. Ich meine, am Anfang war es natürlich schwer und es ist ja klar, dass die dann sagen, ja, studiere lieber jetzt nach dem Abi. Und wir sind halt direkt nach dem Abi umgezogen nach Köln, ohne irgendwie richtig viel Geld. Und trotzdem, wir haben halt daran geglaubt und Tag und Nacht gearbeitet und jetzt haben wir es geschafft. Ist doch schön, wenn man das sagen kann, oder? Also, dass wir davon leben können, haben wir ja geschafft. Das ist ja schon mal was. Das stimmt. Okay, dann lasst es leben. Heute, alter Schlachthof in Dresden, YTT im Radio Dresden Interview. Kommt vorbei. Wir freuen uns. Ciao.